Stefan? 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 Hier kannst du so einen Haken sehen, wie er da hochkommt. Siehst du? So sieht das aus. Das heißt, es kann praktisch nichts passieren. Warum? Weil das keine Öse ist. Es ist einfach nur offen. Verstehst du? Wenn das Schliff halt so praktisch das... Das geht so hoch, wie dunkel das da ist. Sie ist an den Wänden. Guck mal, die Reihenfolge ist vorprogrammiert. Wo das Wasser sich gerade bewegt. Da kommen die Schiffe her. Wahnsinn, ne? Die höchste Karte ist ja nicht über am Rosten. Das höchste Karte. Ja, und dann, wenn die Fälle saniert ist, dann ist das praktisch zu besser. Zu beschleunigungsweise. Die müssen so lange warten. Die müssen so lange warten. Die müssen so lange warten. Die machen die automatisch, oder muss jetzt keiner bezahlen? Ne, da... Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Maut oder so. Zahl zu Tage. Ich glaube, das ist Maut. Hier. Mit dieser Brücke. Da es sinkt und da wird es abkassiert. Und die Leute im Hund ist mir was von der Karte? Ja, die kontrollieren das. Doch, doch, das sind 5 oder 6 Leute. Die überwachen das ganze Gelände. Na, was ist jetzt, oder? Ich weiß nicht, das muss irgendwo... Nicht ganz dicht sein, irgendwas. Dieser steigt immer noch. Und die letzten Zentimeter gehen hier etwas langsamer. Kannst du dir vorstellen, da ist ja nichts mehr drin in dem Becken da. Guck mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Stefan, guck mal, zusätzlich ist da hinten noch ein Seil, weißt du? Die können gar nicht abhauen, bis das Seil nicht hochgelassen wird. Sie sehen uns beim nächsten Mal, wenn der Untertitelung des ZDF, 2020 ist da hinten noch ein Seil nicht hochgelassen wird. So, jetzt ist das auch ein Seil nicht hochgelassen, mal ein Seil nicht hochgelassen.